Bestes Wetter jetzt hier in Wandsberg. Und hier ist auch die Kreuzung. Hier gibt es jeden Supermarkt auf der Ecke. Alles. Jeden Supermarkt, jeden Discounter auf dieser Ecke. Der Sub des Tages. Heftig. Der Supermarkt hat auf hier in Istanbul. Beste Bank ever ever. Also die hier vorne. Ja, das Video widme ich meinem Kumpel. Den Namen darf ich ja nicht nennen, dann dreht er durch. Dann läuft der Amok. Er sagt, er macht nicht mal lang. Seine Worte. Zu viel Rauchen. Zu viel Alk. Zu viel andere Sachen. Zu viel Fett. Obwohl er nicht fett ist. Na, deswegen. Ich widme ihm das Video. Für dich mein Bester. Schlossstraße. Gute Juristen. Kann ich nur empfehlen. Das Barcelona. Kult, kult, kult. Sollte gar nicht mehr auf hier zu pissen. Ja, hier der Zopp. Auf jeden Fall zu empfehlen am Wochenende. Von Wandspickmarkt nach Habzeburg und Mölln. Geht ruck zuck. Ganz gemütlich. Scheiße. Geht ruck. Norddeutscher Rundfunk 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 Die Wanse. Auch einer der Lieblingsorte von meinem Kumpel. Der liebt ja seine Wanse ohne Ende. Ohne Wanse geht nichts. Winsel hier, Winsel dort. Äh, Winsel, Wanse. Ich war gerade bei Winsel. An der Luhe. Na, wohin fließt die Wanse? Nass bis auf den Schlöpfer, aber hat sich gelohnt, ne? Ja, die Wanzweger. Das Paradies vor der Haustür. Die Enten nicht füttern, weiß jeder, aber man muss es ihnen immer wieder erklären. Ja, meine Wahlheimat. Kreuzung, Holzmühlenstraße, Friedrich-Eberdamm. Die Raute bis zum Anschlag. Ganz, ganz, ganz tief im Herzen. Oder auch nicht. Was gibt's denn auch noch? Mediamarkt? Piquet, hier rickst du deine Proteine. Fäsch. Und wieder schön an der Wanse. Herrlich. Kann ich gar nicht hier an der Wanse machen. Krass. Man lernt immer wieder was Neues kennen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ja, mein Kumpel, der kennt das doch gar nicht, wenn ich ihn jetzt fragen würde. Der kennt er doch gar nicht. Wusste ja eigentlich. Der soll ja auch mal ein bisschen joggen gehen, wenn ich dann rausschlafen. Ich sollte wohl es ganz gerne, wenn ich das so. Ich denke, wie geht's? Ey, das so. Kommt jetzt mal. Mögen ist das.